Hallöchen, meine sehr verehrten Zuschauer, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer ProGamer. So, wir haben Sonntag und es regnet und wir spielen trotzdem Rocket League. So, ich habe das Spiel schon mal gestartet, ich gehe hier ganz locker auf Spielen, auf Zwanglos, 3 gegen 3 und die Serie läuft. So, geht nochmal ganz cool, locker, entspannt und ohne Probleme auf Klo, danach in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, was zu süffeln, heißen Kaffee oder was auch immer. Und dann geht's los. Macht es euch bequem. Ich bin Cap'n Braddock. Jo, und die Spielersuche läuft. So, kann losgehen. Anschnallen. Mikro. Oh. So, wo ist der Ball da? Okay. Okay. Oh. Den hat jemand weggehauen. Okay. Kriegen wir den Ball? Ne. Shit. Pass auf, wo ist er? Oh. Keine Ahnung. Da ist er. Nitro. Nitro. Vorlange. Nein. Bin ich hier alleine oder was? Ah, miss. Ich hole nicht vor. Oh, shit. Ja, man. Scheiße. Ah, Mann. Der ist wieder weg. Der Ball ist weg. Oh. Den konnte ich da nicht rausholen. Ne. Ich hab's versucht. Ne. Ah, ne. Ne. Den hab ich gar nicht berührt. Ne, scheiße. So, 0,1. Okay. Anschreien. Ah, schade. Ja, warte. Wo ist der Ball? Da. Äh. Okay. Hinterher. Oh, ich hab kein Nitro. Nicht mehr viel. Ne, gar nichts eigentlich. Ah, shit. So, wo ist der Ball? Da. Pass auf. Ah, shit. Da. So, ich bin blau. Naja, ich muss, äh. Ja, ins rote Tor. Oh, Mann. Wo ist der Ball? Da. Ah, shit. Den hab ich nicht richtig erwischt. Oh, scheiße. Warte. Ah, ja. Tor. Schön. So. Eins, beide. Ja, der war ja schneller als ich. So, eins, beide. Nitro. Ja, okay. Warte. Hab ich... Ist er voll? Ne, ne? Ne. Oh. Ah, shit. Wo ist der Ball? Da. Ah, warte. Ah. Scheiße. So einfach hätt ich das auch gerne mal. So, eins zu zwei. Ah, shit. Ah, Mann. Blöde Sau. Spielt er da noch Torwart? Was ist der Ball? Da. Ah, Mist, Mann. Ah. Die Nerven ja richtig, alle, ja. Ah. Ah, scheiße. 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 Haut er den so rein, da, die Sau. Miss. Ja. Ah, Mist. Ich frage mal, wo ist der? Ah, da. Ah, scheiße. Keine Ahnung, wo ist er da? Oh, Mann. Ich krieg den nicht. Scheiße. Die trau ich auch wieder nicht. Rein damit, jawohl. Mann. 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 So, zwei zu drei. Ja, ich lasse ihn mal den Vortritt da. Ja. Ja, schade. Ja. Nitro. Da ist der Ball, okay. Ah, scheiße. Ah, Mann. Ja, gut. Hab ich Nitro? Ja, nee. Oh, die... Oh, Alter! Alter! Ich werde hier durch die Gegend gehauen wie so eine Irre. Ja. Schon wieder! Schon wieder! Mann! Ja, toll. Ich hau ihn auch noch vor's Tor. Ach, Mann. Leck mich am Arsch. Wo ist der Scheißball? Da. Ach. Ach, scheiße. Ja, jetzt geht er wieder rein. Ja. So, das kannst du alles in der Pfeife rauchen, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Wo ist der Ball? Da. Ich hab ja, jetzt hau ich ihn wieder vor's Tor. Ja. Ah, diesmal nee. Nee. Ach, scheiße. Wo ist der Ball, da? Ja. Warte. Ah. Das wurde nix, nee. Scheiße. Ja. Doch, geschissen, echt. Ja. Fotzen, echt. Scheiß, Fotzen. Ja. Ach, ja. So, ich geh mal auf bereit. Ja, wir versuchen das nochmal. Mal sehen, wenn wir wieder verlieren sollten, weil wir gegen die gleichen spielen, dann müssen wir das, müssen wir das, müssen wir erstmal wieder rausgehen. Ja. Mal gucken. Wir warten mal. Meine, guck mal, meine sind wieder alle weg. Ja. Ich bin wieder der Letzte. Ja. Ja, wir sind eigentlich fast alle weg, außer Adam, Adam und Platzi, ja. Okay. Okay, das dauert noch ein bisschen länger, meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauer, was gibt's Neues? Ja. Ja. Ich hab jetzt erstmal wieder eine harte Woche hinter mir, ja. Ich hab Samstag wieder, also gestern gearbeitet, Samstag. Und jetzt, die, jetzt kommt die Woche, die wird ein bisschen lockerer. Dann haben wir Samstag frei, oder ich hab Samstag frei. Und dann haben wir ja, gibt's doch schon wieder fast Kohle, ja. Und dann haben wir Dezember, ja. Dezember ist ja obergeil. Ja. So. Anschnallen. Okay. Ich hol mal Nitro. Ja, geh da rein? Ja, okay. Ah. Scheiße, muss der Ball jetzt? Ja. Ich hab kein Nitro, nee. Nicht wirklich. Ah, shit. Geht nicht rein, ne? Nee. Scheiße. Ja, das war knapp, ja. Ja. Ah, Mist. Ja. Scheiße. Ja. Geht er rein? Jawohl. Rein damit. Jawohl, ja. Captain Reddock. Alter, war der Edel. 1-0. Anstallen. Ah, scheiße. Bis ich da bin, ist Weihnachten. Ja. Ja, wo ist der Ball? Da. Ah. Warte. Mit nachher. Ja. Aber ich brauch nen Nitro. Warte mal. Der ist ja viel zu hoch. Ah. Ah. Sehr schön. Aber, ja. Okay. Nee. Scheiße. Ja. Ja. Schummel mal Nitro. Wo ist der? Ah. Okay. Ah, Mist. Haben wir Nitro, ja. Ah, Mist. Warte. Scheiße. Na. Toa. 2-0. So, starten wir wieder von ganz hinten. Scheiße. Ja. Das wurde nichts. Nitro haben wir, ja. Ah, Mist. Ja. Warte. Ja. Ah, Mist. Warte. Ah, schade. Jetzt haut er mich weg. Mann. Jawohl. Jawohl, ja. Captain Redog. 3-0. Ja, das sind ganz andere Spieler, ne. Ah, scheiße. Ja. So, Vorlage. Ja, aber der geht nicht rein, ne. Nee. Nee. Wo ist der Ball? Ah. Okay. Ah, nee. Ah. Okay. Ah, shit. Ah, Platzi. Ja, ich hoffe, dass das ausreicht. 3-1. Ich will jetzt nicht wieder verlieren. Nee. Ja, bis ich da bin, ist Weihnachten. Ja. Und dann hauen sie mich auch noch weg. Wo ist der Ball? Keine Ahnung. Da. Ah, shit. Ah, wait. Okay. Okay, nice, eh. Hier, ich will ja. Cap Redog. Ah, platzi wollte ich ihn rausholen. Ja, am Arsch. Boah. So. Geh da rein? Nee. Hau den rein. Ah, miss. Klapp vorbei. Ja. Warte. Da ist er. Ah, scheiße. Ah, wo ist der Ball? Da. Ah. Parade. Jawohl, ja. Ah, scheiße. Ah, wir haben noch 36 Minuten. Ja. Ja. Ah. So. Pass auf. Wo ist der Ball? Platzi? Da ist er. Aber ich hab kein Nitro, ne? Doch. Etwas. Ah. Wo lange? Jawohl. 5-1. Das war doch mal ein schönes Spiel, ja. Ein richtig geiles Spiel, ja. Ja. Miss. So. Ah, geh da rein, ja. Ah, ja. Oh, wieder von ganz hinten, ja. Geh da rein? Ja. Wow. Wow. Ah, der war geil, ja. Der war geil. Ah, schade. Ja. So. Gewonnen an mir. Jo. Da, Stufe 100. Rocket Pass. Klassenaufstieg. Raketenmeister. Captain Braddock. Raketenmeister, okay. So. Ja, ich geh mal auf bereit, ja. Jo. Jo. Wie gesagt, also nächste Woche wird ein bisschen lockerer, ja. Da hab ich dann Samstag frei. Und ich mach auch keine Überstunden. Nö. Ja. Naja, aber gut. Und dann gibt's schon wieder Kohle, ja. Übernächste Woche. Und dann haben wir Dezember, ja. Da arbeiten wir nur einen Samstag im Monat, ja. Und, ja. Ihr wisst ja, da haben wir ja genug frei im Dezember. Und am 2. Januar hab ich Urlaub. Nach, also nach Neujahr hab ich Urlaub. So, jetzt geht's weiter. Ja. Ah, schade. Okay. Oh, ich hab kein Nitro, Alter. So. Ah. Wo ist der? Ah, okay. Warte. Schön. Oh, ich hab bloß kein Nitro, ja. Miss. Oh, man, lass mich doch mal in Ruhe. Ey. Ah, schade. Ja, miss. Ja, wird nichts. Scheiße. Ah, schade. Man wird nur von den allen Spielen weggehauen. Ja. Maa. Ah. Nitro. Ja. Captain Braddock. Ja, will ja. Hat der, hat mich von hinten ran gehauen. Bam. Aha. Geil. Ich hab bloß kein Nitro. Nee. Ah, schade. Ja, wo ist der Ball? Weiß ich nicht. Ja. Oh, Tor. 2-0. So, dann geht's weiter. Ja. Ah, schade. Schade. Wo ist der Ball da? Ah. Ah. Ah, Mist. War zu weit von der Bande weg. Ja. Ja. Ah, Mist. Ja. Nee. Ah. Alter. Oh, shit. Hau weg das Ding. Wo ist der Ball da? Ja. Hinterher. Na, der geht nicht rein. Nee. Nee. Der war zu weit, ja. Pass auf, hinterher. Ah. Shit. So, Nitro hab ich, aber das reicht nicht. Äh, beziehungsweise, nee, ich krieg den nicht. Warte mal. Nitro voll. Nee. Wo ist der Ball? Da. Ja. Ah. Oh, wenn der reingegangen wär, alter. Ah, shit. Mist. Schön. Jawohl. Ah. Geilste, jetzt. Mist. Ja. Ah. Warte. Ah. Ich dachte schon, der rollt rein, alter. So, nur eine Minute. Warte mal, ich mach mal Torwart. Ah, Mist. Dieser verdammte Platzi, alter. Ja. 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 So, das steht jetzt 2 zu 1. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja, okay. Warte mal, wir versuchen nochmal, erst in den letzten... Ah, nein. Ein paar Sekunden. Ähm. Vorwärtszuspielen, ja. Oh, ich hab kein Nitro, ey. Äh, man. Scheiß. Oh, nein. Hau ihn weg. Ja. Mann, ich hab nie Nitro. Ah. Nein. Sehr schön. Na. Da darf jetzt keiner reingehen, weil sonst ist Ausgleich und... Das wird... Das wird... So. Schön. Das war knapp, ja. Gewonnen. Turboschütze. Ich bin Turboschütze. Na, auf jeden Fall haben wir gewonnen. So. Das erste haben wir verloren. Und die nächsten beiden haben wir gewonnen. Wie spät? Naja, nicht wie spät, sondern... Ja, ein Spiel machen wir noch. Ja, und dann ist das genau 30. Also 30 Minuten. So, ich geh mal auf Berein. Secure Wing ist leider aus dem Spiel raus. Der war ja nicht schlecht. Naja, gut. Der hat ein Tor gemacht. Vielleicht war das auch nur Zufall. Aber gut, egal. Ja, dann... Warten wir noch. Ja, Mann. Ich hab gar keine Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich muss immer nur arbeiten, ja. Vielleicht... Muss ich da mal irgendwie einen Tag freinehmen. Ja. Nächsten Monat, so in den ersten zwei Wochen, ja. Ich muss einkaufen. Ja. So. Ja. Noch eine Minute... Äh, noch eine Minute, sag ich. Äh, also noch ein Spiel, dann... Ja. Dann passt das. So. Platzi ist auch dabei. Hoffentlich spielt er mal in meiner Mannschaft. So, und die anderen kenn ich nicht. Ne. Rapper Pepper. Räuben. Leon Best X. Ja. Na, egal. Wir versuchen unser Bestes. So, anstallen. Ah, Mist. Den hab ich scheiße erwischt, ja. Okay. Der ja. Ähm. Ja, warte. Da ist er. Ah. Geht nicht rein, ne? Ne. Ich muss gleich mal gucken, wer in meiner Mannschaft ist und wer nicht. Ah. Ah. Scheiße. Ah. hau ihn weg ja Platz ist wieder in der gegnerischen Mannschaft scheiße da müssen wir sehen ja ich hab wieder die Idioten ja wie immer oh ja voll toller Typ oh man macht das System das mit Absicht dass ich immer die scheiß Mitspieler krieg naja so pass auf ne der geht nicht rein oh nein ich hau ihn weg ja da mindestens einer der mal am Tor steht da ne ah ich hab kein Nitro wo ist der Ball da schön 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 so eins zu zwei ok scheiße super pass auf ich hab kein Nitro wow hab ich nie Nitro scheiße kein Nitro schiff da ja pass auf geht da rein da na man immer trauen Sie mich weee doi ja Jawohl Und der Satte So, zwei Beide Nitro, Nitro Und der Arsch So, ja warte Na, was mach ich denn? Scheiße Scheiße Och, alter, kommt der da Alter, habt ihr das gesehen? Hat der noch Ein Glück da, also Die Sau Ah, Mist Ja, dann geht er wieder rein Nee Hier hab ich Nitro Scheiße, Mann Ah Warte Ah, Mann Oh, nein Ah, nein Schön Jawohl Spielt ja auch noch Torwart da Ja Ah, Mist Der geht nicht rein, ne Dort, oh ja Jawohl, ja Drei Beide So, pass auf Ah Ah Okay Warte Ah, okay Ah, Mist Nee Komm, Nitro Nitro Nein Nein Er geht nicht rein Nein Wo ist der Ball? Oh Oh Schön Schön Jawohl Ja Vier Vier Drei Oh, schade Ich hätte den gerne reingehauen Vorhin Ja, beziehungsweise eben gerade Ja Den hätte ich gerne reingehauen Ja Hat aber irgendwie nicht geklappt Nee Okay Okay, pass auf Ah, müssen wir mal aufpassen Ja Ah, warte Ah Schön Ah, ich hab kein Nitro Ah Nein Ah, schön Ja Hinterher Ja, aber ich hab kein Nitro Oh Pass auf Ah, Mist Ja Ja Du Ja Da waren eigentlich Ja Ja Gut Ich hab den da Ja Ich hab ihn direkt davor gespielt Das ging nicht mehr Ah, Mist Hab ich nicht Oh, nein Hab ich nicht Nee, geh nicht rein Nee Na, Mist Nee Ah, wo ist der Ball Na Nee Nee Scheiße, was mach ich denn Ich hol mir erstmal Nitro Oh, ja So, wir haben noch 50 Sekunden Ja, okay Scheiße Ah 40 Sekunden Oh, ich hab kein Nitro Okay Ah, Mist Aber wenigstens hab ich mich da vorgestellt Ja Nitro Ah, Mist Ja So, wir haben noch 17 Sekunden Ja Okay Torwart Torwart Ja Sehr schön So Wertvollster Spieler Captain Braddock Jawohl, ja Ausnahmetalent Drei Tore Mann, das war ja richtig geil heute Hätte ich gar nicht gedacht Alter Das war richtig edel Vier Spiele Drei gewonnen Das erste hatten wir verloren Naja, das war nicht so gut Ja Jo Meine Lieben Freunde Meine lieben Zuschauer Ich hoffe ihr hattet Eine Menge Spaß Also ich hatte den Das war richtig geil heute Ich wünsch euch noch Einen wunderschönen Erholsamen Und geilen Sonntag Habt eine erfolgreiche Woche Jo Und dann Bleibt cool Und gesund Jo Und bis bald Rean Und Tüdlelü Vielen Dank.